Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer virtuellen Pressekonferenz, zur Pressekonferenz des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Mein Name ist Matthias von Rando. Als Geschäftsführer des BDL werde ich Sie durch diese Pressekonferenz führen. Meine Damen und Herren, die Unternehmen der Deutschen Luftverkehrswirtschaft haben einen Masterplan mit Maßnahmen für den Klimaschutz im Luftverkehr erarbeitet und dieser wird heute hier vorgestellt. Er wird vorgestellt werden von vier Personen. Das ist zum einen der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Peter Gerber, ansonsten auch CEO der Lufthansa Cargo. Es ist, aus meiner Linken, Stefan Schulte, CEO von Fraport und zugleich Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Verkehrsflughäfen im Flughafenverband. Es ist zum Dritten Ralf Teckentrup. Ralf Teckentrup, CEO der Condor und auch Präsident des Bundesverbands der Deutschen Fluggesellschaften. Und es ist schließlich Professor Klaus Scheuerle als Chef der Deutschen Flugsicherung und alle vier auch Mitglied des Präsidiums des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Meine Damen und Herren, ein paar kleine wenige technische Hinweise. Sie werden im Verlauf der Pressekonferenz uns Fragen natürlich schicken können. Sie können Fragen stellen. Sie können die schriftlich stellen. Sie haben sich ja eingeloggt über dieses System SlideSync und Sie werden unten sehen, dass dort eine Zeile ist, in der Sie dann die Frage an uns richten können. Ich bekomme die Fragen auf ein iPad und werde dann die Fragen nach Abschluss der Statements dann hier kurz vortragen und dann werden wir Ihre Fragen auch beantworten. Den Masterplan selber, der ist Ihnen zugegangen. Per Mail ist er an Sie geschickt worden und er ist natürlich auch down zu loaden von unserer Webpage. Meine Damen und Herren, wir beginnen dann jetzt diese Pressekonferenz und ich übergebe an den Präsidenten des Verbandes, Peter Gerber. Matthias, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag auch von meiner Seite. Seit fast zehn Monaten bewegt sich im Luftverkehr kaum noch etwas. An unseren Flughäfen zählen wir aktuell gerade einmal rund zehn Prozent der Passagiere von 2019. Mit dem fast kompletten Einbruch des Luftverkehrs fallen natürlich auch kaum noch Emissionen an. Aber auch wenn es nach der für den Luftverkehr tiefsten Krise nur schrittweise gehen wird, es wird wieder deutlich mehr Luftverkehr geben. Deswegen bleiben auch für uns als Luftverkehrsbranche der Klimaschutz weiter auf der Agenda. Gerechnet in Zahlen vor der Corona-Krise ist der Luftverkehr weltweit für circa 2,8 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Bezogen auf die weltweite Klimaerwärmung, insgesamt liegt der Anteil des globalen Luftverkehrs bei drei bis fünf Prozent. Luftverkehr ist insofern mitnichten Klimakiller Nummer eins. Aber es ist für uns als Vertreter der deutschen Luftverkehrswirtschaft ganz klar. Auch Luftverkehr trägt zu den klimaschädlichen Emissionen bei. Und deswegen tragen wir miteinander Verantwortung dafür, die wachsende Nachfrage nach Luftverkehr besser in Einklang mit dem Klimaschutz zu bringen. Unser Ziel ist der CO2-neutrale Flugbetrieb. Wie in allen Wirtschafts- und Lebensbereichen geht so etwas auch im Luftverkehr nicht von heute auf morgen oder über Nacht. Gerade die Luftfahrt ist eine Branche mit langen Entwicklungszyklen und langen Produktionszyklen. Dies festzustellen soll aber keine Entschuldigung für Nichtstun sein. Ganz im Gegenteil. Wir wollen mit unserer Initiative dazu beitragen, dass es schneller geht. Damit es schneller geht, müssen jetzt die Weichen richtig gestellt werden. Wir haben trotz der heftigen verkehrlichen und wirtschaftlichen Einbrüche in der Luftfahrt das Jahr 2020 genutzt, um die Klimaschutzherausforderungen erneut zu analysieren. Im Ergebnis haben wir die Maßnahmen identifiziert, mit denen ein CO2-neutraler Luftverkehr erreichbar ist. Wir haben diese Maßnahmen in einem Masterplan Klimaschutz im Luftverkehr zusammengefasst. Meine Kollegen werden die Maßnahmen gleich im Einzelnen vorstellen. Viele dieser Maßnahmen können wir nicht alleine umsetzen. Sie erfordern eine gemeinsame Kraftanstrengung unserer Unternehmen und der Politik. Bei der Festlegung auf die einzelnen Maßnahmen haben wir intensiv die unterschiedlichsten Instrumente diskutiert. Zu diesen Instrumenten gehören 1. Technische Innovationen 2. Operative Optimierung, zum Beispiel eine effiziente Flugroutenführung, aber auch das Thema Verkehrsverlagerung auf die Schiene. Dazu gehören drittens auch gezielte staatliche Fördermaßnahmen und schließlich viertens das Instrument der CO2-Bepreisung. Zu diesem vierten Instrument möchte ich ein paar zusätzliche Anmerkungen machen, um hier eventuellen Missverständnissen gleich vorzubeugen. Wir stehen dem Instrument der CO2-Bepreisung grundsätzlich offen gegenüber. Wir sehen allerdings zwei Grundbedingungen, die wir dabei erfüllt sein müssen. Erstens muss eine CO2-Bepreisung auch tatsächlich etwas für den Klimaschutz bringen. Und zweitens muss eine solche Bepreisung wettbewerbsneutral ausgestaltet sein, damit es nicht zu Carbon Leakage kommt, also zu einer Verlagerung von Emissionen auf andere Unternehmen, die im Ergebnis aber keine Emissionseinsparung bringen. Im Luftverkehr haben wir ein solches wirksames Instrument der CO2-Bepreisung. Ein Instrument, das auch tatsächlich einen klaren Reduktionspfad vorgibt. Denn die innerdeutschen und innereuropäischen Luftverkehrsemissionen sind bereits seit dem Jahr 2012 in den europäischen Emissionshandel einbezogen. Das ETS, Emission Trading System, stellt sicher, dass die CO2-Emissionen der einbezogenen Wirtschaftsbereiche bis 2030 insgesamt um 43 Prozent gegenüber 2005 reduziert werden. Für uns war bei der Einführung absolut wichtig, dass Flüge mit Drittstaaten da unbeziehend einbezogen werden, weil ohne eine solche Einbeziehung europäische Lufthafendrehkreuze und europäische Fluggesellschaften Schaden nehmen und Verkehr samt Emissionen an ausländische Wettbewerber verlagert werden. Das hat die EU aber leider in der internationalen Staatengemeidenschaft nicht durchsetzen können. Umso wichtiger war der Durchbruch, als wir dann im Jahre 2016 erreichen konnten, dass die internationale Staatengemeinschaft beschloss, internationale Flüge über das CO2-Kompensationssystem Corsia zu bepreisen. Es stellt sicher, dass der internationale Luftverkehr CO2-neutral wächst. Denn mit Inkrafttreten von Corsia müssen die Fluggesellschaften für ihre wachstumsbedingten CO2-Emissionen bezahlen. Aus diesen Mitteln werden dann zertifizierte Vorhaben der CO2-Reduzierung bezahlt. Wir unterstützen ausdrücklich dieses System aus beiden Bepreisungsinstrumenten. Beide Instrumente funktionieren nach dem Prinzip, solange CO2-neutrales Wachstum nicht technisch erreicht werden kann, zahlt der Luftverkehr für wachstumsbedingte Emissionen. Und mit diesen Mitteln wird die CO2-Reduktion in anderen Bereichen realisiert. Es sind außerdem, und das ist besonders wichtig, international greifende Instrumente. Nationale Instrumente der CO2-Bepreisung hingegen sind extrem kontraproduktiv. Und da wir nicht CO2-Leakage, sondern wirklich CO2-Reduktion wollen, deswegen sagen wir auch ganz klar und unmissverständlich, CO2-Bepreisung ja, Finger weg von nationalen Alleingängen, Finger weg von CO2-Steuern im Luftverkehr. Neben diesen international beziehungsweise europäisch vereinbarten Bepreisungssystemen, bei denen die Fluggesellschaften für ihre Emissionen zahlen, gibt es natürlich auch für jeden einzelnen Passagier die Möglichkeit, für seinen Flug individuell eine CO2-Bepreisung vorzunehmen. Jeder Fluggast kann schon heute seinen Flug klimaneutral stellen, indem er einen Aufpreis bezahlt, der für Vorhaben zur Senkung von Treibhausgasemissionen verwandt wird. Von dieser Möglichkeit machen derzeit nur wenige Passagiere Gebrauch. Wir wollen unsere Passagiere künftig stärker auf diese Angebote aufmerksam machen und diese Angebote, da wo noch nicht geschehen, in den Buchungsprozess integrieren. Wir wollen es für unsere Kunden einfacher machen, hier teilzunehmen. Ich übergebe nun an meinen Kollegen Ralf Teckentrup, der stellvertretend für die Airline darstellen wird, wie wir das Fliegen selbst CO2-neutral gestalten wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Peter. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie informieren darüber, was wir als Fluggesellschaften in dem Bereich Klimaschutz und CO2-Neutralität tun wollen, tun werden, aber auch tun müssen. Es gibt für die Fluggesellschaften im Wesentlichen zwei Hebel, wie wir CO2-neutral werden können, neutraler als heute und dann neutral in der Zukunft. Das eine ist sicherlich die Modernisierung der Flugzeugflotten. Ältere Flugzeuge werden durch energieeffizientere und weniger Kraftstoffverbrauch ersetzt. Das ist insbesondere wichtig, jetzt in den nächsten Jahren hier aktiv zu bleiben. Und der zweite große Punkt ist natürlich der Einsatz nachhaltiger, regenerativer Kraftstoffe statt fossilem Kraftstoff. Da fehlen uns im Moment noch die Mengen, aber relevante Größenordnung sollten da ab 2030 deutlich helfen, CO2-Ausstoß zu reduzieren. Zum Punkt 1 der Flottenmodernisierung. Jede neue Flugzeuggeneration benötigt ca. 15 bis 25 % weniger Kerosin und emittiert daher auch entsprechend weniger CO2. Durch den Austausch von älteren Flugzeugen, durch energieeffizientere Flugzeuge, konnten wir seit 1990 die CO2-Emissionen pro Personenkilometer um 44 % senken. Anders ausgedrückt, wenn wir nicht die vielen Milliarden in die Flottenmodernisierung investiert hätten, dann hätten wir als Fluggesellschaften im vergangenen Jahr rund 44 % mehr CO2 emittiert. Klar ist, beide Hebel, Flottenmodernisierung und nachhaltige Flugkraftstoffe erfordern massive Investitionen. Damit die CO2-Reduktion durch die Flottenmodernisierung jetzt nicht durch Corona-bedingte wirtschaftliche Krise der Luftverkehrsunternehmen zum Erliegen kommt, brauchen wir daher eine Unterstützung. Da geht es nicht darum, unsere Flugzeuge um 100 % zu finanzieren, aber es geht darum, mit einem Förderprogramm die finanziellen Anreize zu setzen, damit die Airlines weiterhin und auch kurzfristig in energieeffiziente Flugzeuge investieren können. Und zwar genau da, wo wir es sonst Corona-bedingt durch fehlendes Cash-Liquidität in den Unternehmen und auch fehlende Wirtschaftlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt stoppen müssten. Daher begrüßt der BDF es sehr, dass die Koalition angesichts der schwierigen Ertragslage in unseren Unternehmen die Flottenmodernisierung unterstützen möchte. Wir, die Fluggesellschaften, stehen bereit, um die Mittel aus dem Förderprogramm zur Flottenerneuerung, das die Bundesregierung derzeit vorbereitet, zu nutzen und damit einen großen Schritt in Richtung Klimazukunft zu gehen. Unser Ziel ist es, mit diesen Investitionen die spezifischen CO2-Emissionen Schritt für Schritt weiter um 1 bis 1,5 % jährlich zu senken. Das zweite Thema ist der Kraftstoff. Dies ist insbesondere wichtig für die mittel- und langfristige Zukunft ab 2030. Aber wir müssen jetzt aktiv werden, damit wir dann in zehn Jahren notwendige Mengen dieses Kraftstoffs auch verfügbar haben. Das Ziel, CO2-neutral zu fliegen, lässt sich nur mit nachhaltigem Kraftstoff statt fossilem erreichen. Als deutsche Luftverkehrswirtschaft setzen wir auf Wasserstoff. Bis man reinen Wasserstoff direkt vertanken kann, wird aber sehr viel Zeit vergehen. Zu viel Zeit. Denn reiner Wasserstoff benötigt zum Beispiel größere Tanks. Dafür bräuchten wir ganz neue Flugzeugkonzepte. Deswegen setzen wir, um schneller voranzukommen, auf das Power-to-Liquid-Verfahren. Dabei wird der Wasserstoff mit CO2, das aus der Atmosphäre entnommen wird, mit Hilfe von erneuerbaren Energien zum PTL-Kraftstoff verbunden. Das heißt, bei einem Flug mit 100 % reinem PTL-Kraftstoff entsteht unter dem Strich für die Umwelt nicht ein Gramm CO2. Diese Technik und Technologie ist erprobt und funktioniert. Allerdings gibt es diesen Kraftstoff bis jetzt nur in sehr, sehr kleinen Mengen. Damit der Systemwechsel zu den alternativen Kraftstoffen gelingt, brauchen wir jetzt eine große Kraftanstrengung. Denn gegenwärtig gibt es noch keine industriellen Produktionsanlagen. Aus diesem Grund erarbeiten wir gerade gemeinsam mit Bund, Ländern und der Industrie eine sogenannte PTL-Roadmap. Die Roadmap soll einen Fahrplan für den Aufbau von Produktionskapazitäten aufstellen, um nachhaltige Flugkraftstoffe zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen. Wir wollen diese Roadmap bis Anfang nächsten Jahres erarbeitet haben und Ihnen diese dann gemeinsam mit unseren Partnern aus der Politik und aus der Industrie vorstellen. Dabei sind wir auch bereit, uns bei Pilotprojekten zum Aufbau industrieller Anlagen zur Herstellung nachhaltiger Flugkraftstoffe, zum Beispiel in Form von Abnahmegarantien, zu beteiligen. Produktionskapazitäten sind das eine. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass der PTL-Kraftstoff getankt werden kann, ohne dass es zu Wettbewerbsverzerrungen bei den Kosten kommt. Denn der PTL-Kraftstoff wird nach jetziger Einschätzung circa drei bis fünfmal so teuer sein wie herkömmlich fossiles Kerosin. Und um Ihnen dann ein Gefühl zu geben, wenn es viermal so teuer wäre, dann müsste ein Ticketstand heute genau doppelt so teuer sein, um das bezahlen zu können. Deswegen muss Teil der Roadmap auch sein, wie der Markthochlauf organisiert wird. Eine Beimischungsverpflichtung halten wir für ein grundsätzlich geeignetes Instrument für den Markthochlauf. Hier kommt es aber auf die Ausgestaltung an. Denn das sogenannte Carbon Leakage, also ein Passagier sitzt nicht bei einer deutschen Airline, sondern bei einer Airline, die keine Beimischung praktizieren muss, müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Eine eventuelle Beimischungsquote muss so ausgestaltet werden, dass diese nicht zulasten der hiesigen Flughafendrehkreuze und der deutschen Fluggesellschaften geht und den Verkehr damit zu Drehkreuzen im Ausland verlagert. Der sauberste Weg wäre es, eine solche Quote auf globaler Ebene zu implementieren, da es alle Fluggesellschaften in gleicher Weise betreffen würde. Jeder Versuch aber, eine solche Beimischungsverpflichtung entweder nur in Deutschland oder nur in der EU festzulegen, würde sofort zu massiven Wettbewerbsverzerrungen und Carbon Leakage führen. Aber ein europäischer oder deutscher Alleingang bei der Quote wäre dann denkbar, wenn der entstehende Kostennachteil für die heimischen Unternehmen ausgeglichen wird. Wir als deutsche Luftverkehrswirtschaft schlagen vor, in Deutschland die Mehrkosten mit den Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer auszugleichen. Damit würde die Luftverkehrssteuer von einem reinen Fiskalinstrument sogar zu einem sinnvollen Klimaschutzinstrument werden. Ich fasse zusammen. Mit der ökologischen Flottenmodernisierung und dem Systemwechsel bei den Kraftstoffen haben wir zwei wirksame und große Hebel, um unsere Emissionen langfristig auf Null zu bringen. Jetzt geht es darum, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass diese Instrumente erfolgreich und vor allem auch zügig genutzt werden können. Vielen Dank und ich übergebe das Wort an Stefan, Stefan Schulte. So, die Zeit muss sein. Ralf, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte zwei Maßnahmenpakete aus unserem gemeinsamen Masterplan vorstellen. Und zwar zum ersten die Maßnahmen für einen CO2-neutralen Flughafenbetrieb und zweitens dann Maßnahmen für eine bessere Verknüpfung von Luftverkehr und China. Die Flugreise beginnt und endet ja nicht an Bord eines Flugzeugs, sondern unser Anspruch ist es, über die gesamte Reisekette hinweg CO2-neutral zu sein, also auch am Boden, auch in den Flughafengebäuden, auf dem Vorfeld etc. An unseren Flughäfen wollen wir eine ganze Reihe von Maßnahmen umsetzen, die CO2-Emissionen dann schrittweise auf Null zu reduzieren. Lassen Sie mich zu den einzelnen Handlungsfeldern jeweils nur einen Punkt nennen, wenn der Pass pro Toto für eine ganze Reihe von Maßnahmen steht. Im Bereich Energieversorgung wollen wir möglichst flächendeckend auf erneuerbare Energien, wie zum Beispiel Photovoltaik, umsteigen. Im Bereich Gebäudetechnik wollen wir alle Möglichkeiten zur energetischen Optimierung unserer Terminals und sonstigen Gebäude nutzen. Im Bereich der Anlagentechnik wollen wir zum Beispiel die Befeuerung von Staat- und Landwirtschaften, Landebahn, auf energiesparsame LED-Technologie umstellen. Im Bereich Fuhrpark wollen wir unsere Flotten auf Elektromobilität oder alternative Kraftstoffe, vielleicht auch alternative Antriebe umstellen. In all diesen Bereichen, ob es die Energieversorgung ist, Gebäude- und Anlagentechnik oder auch der Fuhrpark, werden wir in diesem Sinne den Hebel umlegen und in Richtung CO2-Neutralität arbeiten. Und da haben wir ja auch schon sehr viel erreicht. Alleine in den letzten zehn Jahren haben wir am Boden die CO2-Emissionen um 30 Prozent reduziert, reduziert, also minus 200.000 Tonnen. Damit komme ich zum zweiten Maßnahmenpaket. Wir wollen Luftverkehr und Schiene besser miteinander verknüpfen, sodass im Kurztreckenverkehr die Schiene attraktiver wird. Auch wenn der innerdeutsche Luftverkehr nur etwa 0,3 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland ausmacht, wollen wir trotzdem auch hier die noch bestehenden Weiteren und Potenziale nutzen. Und in der Vergangenheit wurde ja auch hier bereits schon einiges erreicht. Strecken wie Berlin-Nürnberg, Köln-Frankfurt wurden bereits eingestellt. Innerdeutsche Flüge finden im Wesentlichen nur noch auf längeren Strecken statt. Dort, wo die Bahnreisezeit es den Reisenden nicht ermöglicht, einen Termin an einem Tag wahrzunehmen. Auf kurzen Strecken wird der Luftverkehr fast ausschließlich von international umsteigenden Passagieren genutzt. Rund ein Drittel aller Passagiere auf innerdeutschen Flügen reist nicht zu einem Ziel innerhalb Deutschlands, sondern steigt um zu einem internationalen Ziel. Eine Verlagerung dieser innerdeutschen Flüge per Dekret oder per Verordnung, auch per Verteuerung, kann nicht funktionieren. Denn im internationalen Umsteiger verkehrte Passagier immer eine Ausgleichsmöglichkeit. Statt von Hamburg über Frankfurt oder München nach Peking zu fliegen, kann der Passagier auch über Paris, über London, Istanbul oder andere Drehkreuze ins Ausland fliegen, wenn er nicht mit der Bahn anreisen möchte. Die Verlagerung auf die Bahn gelingt also nur da, wo die Bahn attraktive Reiseverbindungen bieten kann. Genau daran arbeiten wir bereits jetzt mit der Deutschen Bahn, wir Airlines, wir Flughäfen. Und zwar konkret erschreckt sich die Kooperation auf drei Felder. Erstens die Verkürzung der Bahnreisezeit. Hieran arbeitet natürlich die Bahn intensiv, denn ein tatsächlicher Verlagerungseffekt tritt meistens eben dann bei Reisezeiten von weniger als drei Stunden ein. Zweitens die Verbesserung des Gepäcktransportes. Auch die Frage, inwieweit es gelingt, am Bahnhof direkt das Gepäck aufzugeben und durchzuschecken. Und drittens die Anschlusssicherheit. Das ist im Umsteigerverkehr besonders wichtig, damit die Passagiere nicht im Regen stehen, wenn einmal eine Zugverbindung ausfällt. Wir sehen das Potenzial, dass rund ein Fünftel des innerdeutschen Luftverkehrs die Schiene nutzen könnte. Das wären jährlich immerhin rund vier Millionen Passagiere. Dieses Potenzial wollen wir nutzen. Deswegen stehen wir zu all diesen Punkten in intensiven Gesprächen mit der Deutschen Bahn. Und wir hoffen, dass wir Ihnen Anfang des nächsten Jahres bereits erste Ergebnisse hierzu vorstellen können, wie wir die Ziele konkret erreichen. Vielen Dank. Klaus. Vielen Dank, Stefan. Guten Tag, meine Damen und Herren. Treibhauseffekte beim Fliegen lassen sich nicht nur mit neuen, emissionsärmeren Flugzeugen reduzieren, sondern eben auch mit optimierter Flugführung. Aktuelle Forschungsprojekte, etwa Messen der Bildung von Zirruswolken wie auch Kondensstreifen unter entsprechenden Bedingungen eine Bedeutung für das Klima bei. Daher werden wir uns aktiv und konstruktiv an dieser wissenschaftlichen Diskussion beteiligen. Weiterhin befassen wir uns sehr engagiert mit Prozessen, die deutschlandweit, aber auch grenzüberschreitenden Verkehr durch engere Zusammenarbeit und modernste Technik die Flugsicherung in Gesamteuropa verbessern, helfen. Lassen Sie mich mit dem ersten Thema beginnen. Während die Klimawirkung des Kohlendioxids fundiert wissenschaftlich untersucht ist, besteht bei den Nicht-CO2-Effekten noch Forschungsbedarf. Das gilt auch für die Frage, wie die beim Fliegen entstehenden Kondensstreifen und Zirruswolken tatsächlich in der Praxis vermieden werden können. Aktuelle Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass zurzeit noch rein theoretisch die Bildung von Kondensstreifen durch klimaoptimierte Flugverläufe reduziert werden könnten. Würden beispielsweise eisübersäte Regionen gezielt umflogen, wäre die Bildung von Kondensstreifen zu einem Großteil vermeidbar. Allerdings würde ein solches Ausweichen oft die Flugstrecke verlängern und so wiederum zu einer Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs führen und damit auch zu mehr Emissionen. Und es ist auch nicht immer möglich, um Wege zu fliegen, weil es die Kapazitäten des Luftraumes nicht zulassen. Gleichzeitig weisen die Forschungsergebnisse darauf hin, dass Kondensstreifen auch einen kühlenden Effekt auf die Atmosphäre haben können und damit positive Klima-Auswirkungen. Unsere Unternehmen arbeiten daher mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und dem Deutschen Wetterdienst daran, wie eine Reduzierung der Klimawirkung auch in der Praxis gelingen kann. Das zweite Thema, die Streckenoptimierung im europäischen Luftraum, sie ist viel länger bekannt. Unter der Überschrift Single European Sky konnten bereits erhebliche Fortschritte erzielt werden. Im deutschen Luftraum haben wir durch eine Optimierung der Flugführung viele Umwege vermieden und damit Emissionen reduziert. Hier sind wir auch deutlich weiter als andere europäische Länder, auch weil wir den zivilen und den militärischen Luftraum über Deutschland integrieren. Und das hilft, viele Umwege zu vermeiden. Auf europäischer Ebene konnte mit der Einführung von Free Route Airspace, also der direkten Flugführung, seit 2014 mehr als 2,6 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht rund einem halben Prozent der durch den Luftverkehr verursachten CO2-Emissionen. Das ist ein wichtiger Baustein auch für den Klimaschutz, den wir weiter vorantreiben wollen. Aber wir sehen auf der europäischen Ebene weiteren Handlungsbedarf, auch für die Bundesregierung. Und ich will diesen Handlungsbedarf in Stichworten darlegen. Erstens, eine weitgehende Automatisierung der Lotsendienste mit standardisierten Technologien. Dazu braucht es EU-weite Standards für Flugsicherungstechnologie, für Verfahren und auch für die Lizenzen. Drittens, eine Flexibilisierung des Fluglotseneinsatzes, damit Lotsen nicht nur in einem Sektor tätig sein können. Viertens, technisch optimierte Verfahren, um Emissionen beim Landen zu reduzieren, unnötige Flugwege zu vermeiden und die Rollwege am Boden zu verkürzen. Und fünftens, weniger Umwege aufgrund von militärischen Sperrgebieten, gerade außerhalb von Deutschland. Das mag alles sehr technisch klingen, hat aber relevantes Potenzial für den Klimaschutz. Wenn diese zusätzlichen Maßnahmen umgesetzt werden, ließen sich die CO2-Emissionen im europäischen Luftverkehr weiter reduzieren. Wir sehen hier ein Potenzial von 5 bis 10 Prozent, meine Damen und Herren. Daher appellieren wir an die Politik, dieses wichtige Projekt Single European Sky weiter auf der Agenda zu halten. Die jüngst von der EU-Kommission vorgelegten Vorschläge greifen diese Handlungsfelder leider allenfalls punktuell auf, was auch die überaus kritische Diskussion im Verkehrsministerrat am 8. Dezember diesen Jahres wiedergespiegelt hat. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, meine Damen und Herren, erst einmal herzlichen Dank an Präsidiumsmitglieder unseres Verbandes für die Einführung des Statements. Meine Damen und Herren, wir senden hier von Frankfurt aus, wir senden vom Frankfurter Flughafen aus, wir senden konkret von der Lufthansa Cargo Base aus und vielen Dank für die Gastfreundschaft an die Kollegen. Meine Damen und Herren, wir haben auch erste Fragen. Die erste Frage lautet, und sie kommt von Herrn Arnold von dpa, bis wann soll die Klimaneutralität erreicht werden? Gibt es ein konkretes Ja? Die zweite Frage kommt von Herrn Schulz, Freelance Aviation. Da geht es dann um optimierte Flugrouten, werde die Frage gleich darlegen und wie der SRS vorankommt. Die erste Frage geht zunächst einmal an den BDL-Präsidenten. Ja, vielen Dank, Matthias. Es gibt das Ziel in Europa, CO2-Neutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Und diesem Ziel wollen wir als Luftverkehrsbranche gar nicht widersprechen. Im Gegenteil, wir nehmen uns dieses Ziel auch vor, wir wollen genau das erreichen. Was wir jetzt noch nicht sagen können ist, wann werden wir genau was erreichen? Wir haben jetzt den Plan vorgelegt, um die Aktivitäten zu zeigen, alles ein ganzes Stück stärker zu operationalisieren, zu konkretisieren. Es ist nicht nur auf der Ebene von Absichtserklärungen zu belassen. Aber wir müssen natürlich sehen, wie schnell geht was. Wir brauchen die Mithilfe von Politik, von anderen Beteiligten. Und deswegen können wir die Jahreszahlen, welcher Prozentsatz wann erreicht wird, jetzt noch nicht ganz genau sagen. Was wir aber genau sagen können, ist unser Ziel zu bekräftigen, im Jahre 2050 emissionsfrei fliegen zu wollen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben die nächste Frage von Herrn Schulz, Freelance Aviation. Die Frage lautet wie folgt, das ist eine etwas längere Frage. Optimierte Flugrouten könnten der Europäischen Union mit einem Schlag mindestens 10 Prozent an CO2 einsparen. Leider scheint auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft das Thema SES nicht wesentlich vorangebracht zu haben. Wie ist der aktuelle Stand aus BDL-Sicht und wo sieht der Verband die Chancen, im kommenden Jahr hier endlich Ergebnisse voranzubringen? Die Frage geht an BDL-Präsidiumsmitglied Professor Scheuerle. Ja, vielen Dank Matthias. Das ist eine Frage, die nicht neu ist und immer wieder gestellt worden ist und auch noch aktuell ist. Das muss man zugeben. Ja, wir finden, dass die Vorschläge der EU-Kommission, ich sagte es ja bereits in meinem Statement, zu kurz greifen. Aber Flugsicherungsorganisationen in Europa arbeiten immer enger zusammen und sie wollen positive Fakten schaffen, indem wir eben eng zusammenarbeiten, die Übergabepunkte optimieren, Direktflüge im europäischen Luftraum anbieten, was wir ja seit einigen Jahren bereits tun. Der Single European Sky wird damit Schritt für Schritt, aber eben relativ langsam verwirklicht. Und dies zeigt sich eben auch an den immer geringeren Umwegen, die geflogen werden müssen. Im deutschen Luftraum habe ich das dargestellt, aber auch im europäischen Luftraum haben wir diesen Effekt. Was wir wirklich bräuchten, wäre auch eben eine Integration von militärischen und zivilen Lufträumen in ganz Europa. Denn wir haben viele Luftwaffen, wir haben viele militärische Übungsgebiete und wenn diese benutzt werden, müssen sie von der zivilen Luftfahrt umflogen werden, was eben tatsächlich zu viel Treibstoffverbrauch führt, den man rein theoretisch vermeiden könnte. Ich glaube, es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir hier in Deutschland zusätzliche Maßnahmen, zum Beispiel beim Anflug auf Frankfurt, durch optimierte Sinkprofile eingeleitet haben. Sie müssen sich vorstellen, dass zum Beispiel ein Jumbo, der aus dem Süden kommt und in Frankfurt landen möchte, jetzt bereits an der schweizerischen deutschen Grenze den Sinkflug beginnt, um eben die Segelflugeinschaften dieses Flugzeuges auszunutzen und bei dem Anflug eben Treibstoff zu sparen. Auch was wir Airport Collaborative Decision Making Prozesse nennen, also die optimierte Planung von Koordination von Anlasszeitpunkten und Startzeiten ist hier ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Da darf ich Ihnen nennen, dass wir ca. 456.000 Tonnen CO2-Ersparnis seit Ersteinführung von diesen Prozessen in München im Jahr 2007 erreicht haben. Also es gilt darum, den Single European Sky auch an den verschiedenen Facetten, an den Randzeiten weiter umzusetzen, denn der große, ich sage jetzt mal, der große rechtliche Wurf lässt leider weiter auf sich warten. Schönen Dank, Professor Scheule. Ich habe noch eine weitere Frage, will nur nochmal daran erinnern, Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die Zeile, die Sie auf Ihrem Slide haben. Und dann bekomme ich die Frage hier auf mein iPad. Die nächste Frage lautet, das größte Problem sind auch die Billigtickets, die Nachfrage künstlich zu erzeugen. Ist Fliegen nicht ganz einfach zu billig? Dann können wir doch mal an Herrn Teckentrup geben, Herr Teckentrup-Chef der Condor. Ja, natürlich gibt es die Billigtickets und wir alle wissen auch, wer die Billigtickets in großem Maß auf die Märkte spült. Das sind nicht die deutschen Fluggesellschaften, sondern andere Fluggesellschaften. Wir, deutsche Fluggesellschaften, hätten kein Problem damit, teurere Tickets abzugeben und Preisuntergrenzen sogar zu akzeptieren. Das haben wir auch mit der Politik schon einige Male besprochen und stehen auch zu dem, was wir da gesagt haben. Auf der anderen Seite ist sowas ein Eingriff in die Preisgestaltung und muss wohl überlegt sein. Aber, das möchte ich auch dazu sagen, die Anzahl der Billigtickets ist ja hier nicht die kriegsentscheidende Frage, sondern damit werden in der Regel ja Sitzplätze in Flugzeugen gefüllt, die sowieso fliegen und dann noch ein paar Passagiere mehr mitnehmen. Die kriegsentscheidende Frage ist ja, den gesamten Flugverkehr CO2-neutral zu gestalten. Und das hat mit der Anzahl der Billigtickets dahinter im Wesentlichen so gut wie nichts zu tun. Schönen Dank, Herr Teckentrup. Wir haben eine nächste Frage von Martin Jürs, FVW Medien. Wie ist denn der Stand bei Corsia? Inwieweit greift dieses Klimaschutzinstrument schon? Herr Gerber? Ja, also Corsia wird im nächsten Jahr scharf geschaltet und beginnt dann direkt zu wirken. Das heißt also, der internationale Zusammenhang, der damit gegeben ist, der ist ab nächstes Jahr direkt gegeben. Ich will hier nochmal betonen, dass Corsia deswegen aus unserer Sicht ein so wirkungsvolles Instrument ist, weil es damit das erste Mal gelungen ist, eine ganze Branche weltweit auf ein Instrument zu verpflichten. Es ist zwar richtig, dass noch nicht ganz alle Staaten dabei sind, aber doch schon die überwältigende Mehrzahl. Und ich glaube, das zeigt bereits, in welche Richtung das bei dem Thema CO2-Einsparungen auf eine wettbewerbsneutrale Weise weltweit sowieso gehen muss. Das heißt, auch andere Branchen werden zukünftig sicher zu ähnlichen Lösungen kommen, wenn es gelingt, da einen politischen Konsens zu erzielen. Von daher gesehen ist Corsia, auch wenn es nicht leicht zu verstehen ist und ein bisschen schwierig zu beschreiben ist, einfach ein wegweisendes Instrument, weil es einfach schafft, erstens dem Luftverkehr zu ermöglichen, emissionsfrei zu wachsen, aber zweitens, dass das auch wettbewerbsneutral geschehen zu lassen. Und das sind hier die zwei entscheidenden Punkte, ein wichtiger Fortschritt für eine Branche, die einfach nur international gedacht werden kann, wie der Luftverkehr. Schönen Dank, Herr Gerber. Ich habe die Frage von Frau Krüger von der Taz. Wird die deutsche Luftfahrt künftig aus Klimaschutzgründen auf Wachstum verzichten oder nach der Corona-Krise weiter auf Wachstum setzen? Ich würde die Frage an den Chef des Frankfurter Flughafens, bei dem wir heute zu Gast sind, zunächst einmal geben und unser Präsidiumsmitglied und Chef der ADV. Frau Krüger, für den Luftverkehr ist ja entscheidend, wie die Nachfrage ist und ob Bürger, ob Menschen reisen wollen, reisen müssen in einer globalisierten Welt. Wir gehen davon aus, dass die Welt global verknüpft bleiben wird, weil das auch sehr, sehr viel Wohlstand bringt, werden Menschen auch Post-Corona-Reisenden. Sie brauchen zum Beispiel für den geschäftlichen Austausch den direkten menschlichen Kontakt. Sie brauchen den sozialen Kontakt und sie müssen große Entfernungen überbrücken. Auch im Leisureverkehr, im Privatreiseverkehr liegt es doch in unserer DNA, dass wir in den Urlaub fliegen wollen, dass wir Freunde und Bekannte treffen wollen. Also es geht nicht um die Frage, ob wir auf Fliegen verzichten wollen, es geht um die Frage, das Produktluftverkehr so CO2-neutral wie möglich zu gestalten, damit Sie dieses Produkt eben auch großer Entfernung in kurzer Zeit CO2-neutral überbrücken können und nutzen können. Und die Möglichkeiten, die wir dabei haben, die haben wir heute aufgezeigt, all die Maßnahmen bis hin zur Frage, ja, für wirklich kurze Strecken sollte man auch die Schiene nutzen. Und deswegen müssen wir dort in der Verknüpfung der Produkte auch besser arbeiten, denn wir wollen so nachhaltig wie möglich unterwegs sein. Schönen Dank. Ich habe hier noch eine Frage, die von mehreren Journalistinnen und Journalisten kommt. Und was halten Sie von dem Vorschlag einer Kerosin-Besteuerung in Europa? Ich würde diese Frage an den Präsidenten des BDL geben wollen, Herr Gerber. Ja, Kerosin-Besteuerung ist ungefähr das Verkehrteste, was man machen kann, um das mal so salopp zu sagen, weil Kerosin-Besteuerung genau nicht dazu beiträgt, zu dem, was wir wollen, nämlich zur CO2-Reduzierung. Das Einzige, wozu das führt, ist, dass die deutsche und in dem Fall die europäische Luftverkehrsindustrie weniger wettbewerbsfähig wird und das bedeutet, dass Konkurrenten von außerhalb des europäischen Raums dann diesen Verkehr aufnehmen. Die unterliegen genau diesen Beschränkungen nicht, fliegen also dann lustig, sowieso womöglich noch mit geringeren Standards, als wir das tun, hin und her, übernehmen diesen Verkehr und damit wird also CO2 nicht nur nicht verringert, sondern vielleicht noch erhöht und ganz am Ende, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wird der europäische Luftverkehr geschwächt und hier gehen Arbeitsplätze verloren. Also zusammengefasst, es gibt kein ungeeigneteres Mittel als Kerosin-Besteuerung. Schönen Dank. Meine Damen und Herren, das sind soweit die Fragen. Ich frage nochmal an die Regie. Gibt es weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Dann darf ich im Namen von uns allen Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Klimaschutz im Luftverkehr. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und seien Sie uns herzlich willkommen an Bord unserer Flugzeuge. Schönen Dank. Vielen Dank.